So, ich bin näher an diesen INF-Kurs gekommen, um zu schauen, ob was man sieht wirklich ist, dass es so schnelle Wirkungen gibt und alles. Und ich muss sagen, bei den meisten Patienten, fast alle, sogar alle, sieht man und merkt man eine bessere Ruhe, entweder von dem Schmerz oder von der Beweglichkeit. Deshalb muss ich auch sagen, ich würde diesen Kurs wirklich zu jedem Therapeut weiterempfehlen. Danke!